du hast ein Wort bleibt dass ihr erzählt haben wollen das ist leider ein bisschen ja nur wenn man halten ja das stimmt das ist man kommt halt bei Twitch nur auch die Dings so man kommt halt nur auf man wird auf Twitch nur angezeigt auf der Startseite wenn man viele Follower hat und sonst wird man eigentlich nur gesehen wenn man halt wirklich einfach nur Glück hat und jemand das halt dann wie soll ich sagen ja deswegen ist das mal ich ein bisschen RIP einfach das zu schaffen ist echt ziemlich ziemlich schwer ja auch das war jetzt auch schon das überein mhm warst du eigentlich gestern mit dabei bei äh was leckchen bis 23 Uhr weiter nimmst du jeden Tag und dann nur so fünf bis sieben mal die Woche fünf bis sieben mal also entweder fünf Tage die Woche oder halt die ganze Woche oh tan so Diesmal habe ich wenigstens ein paar Leben, da kann ich wenigstens was beweisen mit. Aber hier kann ich doch wenigstens was greißen. Die Warzone ist auch noch nicht so schwer. Ich dachte, er ist er erledigt. Was ist jemand da? Ach doch, wer weiß man ihn das nächste Mal in 4K sehen kannst. Die war ja von Queen damals. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja, 100%. Jetzt wollte ich noch 3,5 Minuten Katze im Maus spielen. I declare this location to be fully haunted. Carillon? Ja! 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 Nein, nein, nein! Ja! 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 Da ist doch noch einer! Irgendjahr! Und den nehm ich mir auch noch mit! Lauft Leute, lauft! Panik, Panik, lauft! So, diesmal will ich es aber nicht vermasseln! Jawoll! Wenn die Zeit bis dahin nicht abgelaufen ist, kommt hier noch mal War Selection. Aber dafür muss jetzt langsam mal was passieren. Denn wenn die Zeit abgelaufen ist, minus 5 Minuten dann noch... ... immer wieder raus... ... immer wieder raus. Nowhere to hide! Ja! Na, wenn du hier rausgehst, dann lass ich dich alleine. Na, 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 na! Na, 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 na 0,0 garantie geben alles klar also die extra für ein geburt sollte mich dann ein bisschen nach dir gerichtet hatte das tool das weg so schaue nicht so cool das ist ein dienst zu weg ist ich schiit magischerweise verschwinden mein freund 30 sekunden und noch mal fünf sekunden weniger genau lauf dahin das war's jawohl und noch eine runde will ich noch schaffen ja geworden so sieht das aktuell aus 7 plus 5 war minus weil der timer geht bis minus 5 ja die haupting ist warkin keep going Let's go! Blast it again! Someone gonna chop out! Streamer, let's do this! Here we go! Hm. There it is! Not for long! No, I don't think so. I don't know, I'm the second. Oh, I don't think so. I don't think so. Hello, I'm here. Oh! Hot! I dropped out! Mom, show yourself! Eww! We can go a little bit. Don't go away. I'm a little scared. And then the next one who wants to build. That looks nice. Look at that. Look at that. Come on. Look at that. Can I have a look at that? What do I have to find? What do I have to find? So, ich mache jetzt eben kurz eine Ausgehende Interpinkelpause und dann könnte ich schon mal was für Worst Selection vorbereiten.